Da habe ich Daniel angeschaut und ob er mitgefährt wird. Und er fährt in die Heimat. Und ich habe mit dir etwas ganz ehrlich gesagt. Und dann habe ich gedacht, oh scheiße, keiner fährt mit mir mit. Und dann habe ich gesehen, dass Hannover fährt. Das hat jetzt irgendwie angemeldet. Und dann habe ich dich eigentlich auch ziemlich direkt angemeldet. Ich habe es gesehen, aber es wird auch von mir. Also in wahrscheinlich Richtung... Also ich konnte lange gucken. Entweder Richtung Brinkmarkt oder halt. Ich weiß ja, wenn ich auf den Punkt noch erwarte. Mit euch kommt es vielleicht. Nee, die Punkt können wir gar nicht schneller fahren. Dann sind die auch stabiler. Ja. Wir fahren ja nur 20 Minuten. Dann müsste der Schnitt vom 25 eigentlich locker drin sein. Geht es eigentlich auch ohne anfassen? Ja, aber bei der Pempo ist es schwierig. Okay. Nein, danke. Wiro. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.